Herr Professor Jalinek, einen schönen guten Tag. Danke, dass Sie uns wieder empfangen hier bei Ihnen in Ihrem Hause im Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin. Zu Ihnen kommen seit Jahr und Tag Menschen, weil sie einen Wunsch haben, nämlich sich zu schützen, wenn sie auf Reisen gehen zum Beispiel. Jetzt haben wir dieses Thema über Jahre bei Ihnen immer wieder abgehandelt und wundern uns, dass wir uns nur noch um uns selber drehen. Also sprich, wir gucken nur noch auf einen Virus. Wie hat sich das inzwischen alles verändert? Bei Ihnen hier im Haus, direkt hier am Tresen, hat sich da etwas verändert? Naja, wir sehen natürlich im Moment sehr viel weniger Reisende, als wir das vor einem Jahr um diese Zeit getan haben. Das ist ja klar, die Reisemöglichkeiten sind deutlich beschränkt. Das heißt aber nicht, dass es keine Reisenden gibt. Es gibt Menschen, die müssen reisen, aus beruflichen Gründen. Es gibt eine Menge humanitärer Einsätze, bei denen Menschen gebraucht werden. Wir haben zwar Corona in der Welt, aber das ist eben nicht die einzige Krankheit, nicht das einzige Problem weltweit. Es gibt immer noch eine Menge andere, um die sich auch gekümmert werden muss. Manche Krankheiten haben auch zugenommen, wie Malaria zum Beispiel weltweit. Nicht zuletzt auch aufgrund der Maßnahmen, die gegen Corona getroffen wurden, die halt dann wieder andere Krankheiten fördern. Also muss man dagegen auch was tun. Und dazu gehört eben auch, dass Menschen weiterhin unterwegs sind. Und die kommen auch weiterhin zur Beratung. Ich freue mich, dass wir uns wieder an Ihrem Schreibtisch gleich unterhalten dürfen. Und ich bin Ihnen wirklich dafür dankbar. darf Ihnen auch den Dank unserer Zuschauer übermitteln, weil das Wichtigste ist, wenn wir die Reaktion unserer Zuschauer erleben, dann sagen die Dankeschön, jetzt habe ich es endlich mal verstanden. Obwohl viele versuchen in den Talkshows sich zu informieren, aber ich glaube, das ist kein Allheilmittel und kein besonders guter Weg. Dann sind wir zwangsläufig bei den Impfstoffen. Was da in den letzten Tagen passiert, das ist ja nur bedingt nachvollziehbar. Ich darf, mache ich sonst nicht, aber ein wenig auch meine Meinung mal versuchen mit reinzubringen. Ich habe das jetzt beobachtet und glaube, dass das alles, was mit Corona passiert, alles wie durch eine Lupe betrachtet unsere Gesellschaft widerspiegelt. Man denkt jetzt, man könnte mit Geld, das man irgendwelchen Firmen gibt, sofort wie an einem Automaten, wo man oben den Euro reinsteckt, unten ein Ergebnis rausziehen. Man vergisst, dass man, wenn man also Impfstoffe herstellt, dazu auch Zeit braucht. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass wir aus Russland Impfstoffe angeboten bekommen haben. Ich habe gehört, dass in China fleißig geimpft wird. Haben Sie inzwischen mehr Informationen zu diesen Impfstoffen zunächst mal? Es gibt ja in vielen Ländern Impfstoffentwicklung, nicht nur in Europa. Und manche Länder haben auch früher angefangen, als wir zu impfen, zum Teil auf der Basis von Daten, die bei uns als unzureichend gesehen würden. Also wir haben ja sehr strenge Regeln für die Zulassung von Impfstoffen. Man muss halt durch die ganzen klinischen Prüfungen durch, bevor ein Impfstoff quasi auf die Menschheit losgelassen werden kann. Das hat auch seinen Grund. Man will natürlich, eine Impfung wird ja durchgeführt bei gesunden Personen. Man will die hinterher nicht kränker machen, als sie vorher waren. Das wäre ja einfach schlecht. Deswegen müssen solche Produkte gründlich geprüft werden. In China, wie auch in Russland, hat man den Weg ein wenig verkürzt, um die Sache zu beschleunigen. Mittlerweile aber halt natürlich trotzdem viele Leute geimpft und die Daten auch gewonnen. Das heißt, im Nachhinein hat sich schon gezeigt, dass diese Impfstoffe, die auch in China und Russland sind, offenbar sicher sind. Sodass man natürlich auch darüber nachdenken kann, die weiter einzusetzen, auch in anderen Ländern. Etwas verfrüht reinzugehen, bringt uns ja auch gleich nach England, also nach Großbritannien. Die haben ja auch nicht abgewartet, sondern haben eine Sonderzulassung gemacht. Oder habe ich das falsch verstanden? Die Engländer haben eine Sonderzulassung gemacht, aber auf der Basis der Daten, die Vorlagen. Also es ist ja bei einem Impfstoff genauso wie bei einem Medikament so, dass sie die Phasen 1, 2, 3 haben, der klinischen Prüfung, die durchlaufen werden müssen. Normalerweise ist das hintereinander und dauert sehr lange. Bei einem Impfstoff kann eine Zulassung bis zu 15 Jahre dauern, bis man das alles, weil auch die Behörden sich gerne mal Zeit lassen und so, bis das alles abgewickelt ist. Man hat jetzt die Phasen bei der Entwicklung nebeneinander gelegt. Also man hat angefangen und praktisch gleichzeitig Phase 1, 2, 3 gemacht mit leichten Verschiebungen. Hat man enorm Zeit gespart. Und die Briten haben all diese Daten gehabt, als sie zugelassen haben. Die haben ja auch nicht viel Zeit gewonnen. Das waren nur zwei, drei Wochen vor der EU. Die waren halt dadurch, dass sie als Einzelbehörde gearbeitet haben, nur ein Land, relativ kleine Gruppe von Leuten, die das entscheiden, waren die einfach schneller und flexibler als die manchmal etwas schwerfällige Europäische Union. Aber die Datenlage war dieselbe. Da gab es keinen Unterschied. Das heißt, die haben nicht abgekürzt und Daten gar nicht erst abgewartet, wie zum Beispiel, was die Russen oder die Chinesen am Anfang gemacht haben. Daten ist auch so ein Zauberwort. Also sprich, wenn ich das richtig verstanden habe, wir kennen ja die Verträge alle nicht, ist ja klar. Aber in Israel hat man beispielsweise gesagt, ihr kriegt von uns, gebt uns so viel Impfstoff wie möglich, ihr kriegt von uns alle Daten, dann habt ihr ein Riesenexperiment und könnt damit arbeiten. Daten als Ware könnte man es ja eigentlich bezeichnen, wenn das so war. Auf der anderen Seite, das würde doch bei uns nie funktionieren. Also zunächst mal ist es ja, also Sie brauchen natürlich diese Daten als Hersteller, auch möglichst viele Daten, wenn Sie ein Produkt so breit einsetzen wollen. Potenziell wird ja Ihr Impfstoff gegen Corona jedem Menschen auf der Erde ansprechen. Das heißt, man wird das milliardenfach verimpfen. Also möchte man natürlich extrem sicher sein, dass das Produkt auch sicher ist. Und das können Sie in einer kontrollierten Phase-3-Studie zum Beispiel niemals leisten. Da haben Sie ein paar Zehntausend Probanden, 30.000 bis 60.000. Aber wenn Sie ein ganzes Land durchimpfen, haben Sie einfach viel mehr Daten. Und das ist wichtig, um die Sicherheit eben wirklich belegen zu können. Gerade auch im Zweifel an Skeptikern auch valide Argumente entgegenhalten zu können, dass das Produkt sicher und effektiv ist. Dafür braucht man diese Daten. Und wenn dann ein Land schnell ist und sagt, pass her, ihr könnt das bei uns auswerten, dann ist er natürlich dem Hersteller sehr gewonnen. Er hat davon einen großen Profit und dann lässt er sich auch ein auf eine schnellere Produktion. Sie sagten eingangs, dass man enorm Geld angefasst hätte und das Gefühl hätte, man könnte die Impfstoffe quasi aus der Maschine ziehen. Das ist sicher nicht so. Impfstoffe müssen mit einem gewissen Aufwand produziert werden. Aber bei den Impfstoffen, die wir jetzt haben oder die wir jetzt bekommen gegen Covid-19, ist es schon so, dass auch die Produktion zum Teil deutlich kürzer ist als bei den Impfstoffen, die wir vor zehn Jahren zum Beispiel entwickelt haben. Also da hat sich auch viel getan. Die Abstände sind verkürzt. Und es ist schon so, dass Geld natürlich hilft, weil sie, wenn sie viel Geld haben, um ihre Investitionen tätigen zu können, können sie natürlich schneller arbeiten. Sie können großvolumiger das Ganze anlegen. Sie können die Fabriken entsprechend hochskalieren. Und das hilft natürlich am Ende auch der Produktion. Und da ist es natürlich bedauerlich, dass von Seiten der Europäischen Union da offensichtlich am Anfang zögerlich gehandelt wurde und die Verträge vielleicht nicht ganz so abgeschlossen wurden, wie man das im Nachhinein sich gewünscht hätte. Sind wir bei den Impfstoffen? Fangen wir einfach an. Wir hatten es ja, eigentlich haben wir indirekt schon angesprochen, den von Biotech. Wie ist der? Der ist sicher, der ist gut, der wirkt. Wie wirkt er, wie sicher? Also wir haben ja im Moment zugelassen drei Impfstoffe in Europa. Davon sind zwei sogenannte mRNA-Vakzinen, die basieren auf der Boten-RNA. RNA ist die Abinformation des Virus, auf der die Informationen kodiert sind, die das Virus quasi zum Vermehren bringen. Und das M ist eine besondere Art der RNA, die eigentlich in unserer Zelle auch benutzt wird, um vom Zellkern in die Peripherie der Zelle zu gehen, um dort bestimmte Produkte zu produzieren. Das ist wie ein Bote, der vom Feldherrn, der auf seinem Hügel steht, losgeschickt wird, um eine bestimmte Abteilung in der Schlacht halt zu bewegen. Das ist diese mRNA. Und diese Funktion in der Zelle benutzt man, um Erbinformationen des Virus, ausgewählte Informationen zur Oberfläche eben in die Zelle einzuschleusen und dann die Zelle dazu zu bringen, dass sie diese Information und nur diese, nur dieses Bruchstück produziert. Das heißt, die Erbinformation der Zelle im Kern wird überhaupt nicht verändert. Es geht nur in der Peripherie der Zelle, dass der Effekt einsetzt. Und die mRNA ist auch nur relativ kurz wirksam. Die wird dann abgebaut. Der Vorteil, die Zelle produziert dann das Antigen. Das heißt, ich muss das nicht extern in der Fabrik machen, mit viel Aufwand und viel Zeit, die ich brauche, sondern die Zelle des Geimpften produziert das Antigen, auf das dann das Immunsystem reagiert. Das spart enorm Zeit, enorm Kosten und hat tatsächlich auch einen guten Effekt. Das heißt, wir wissen mittlerweile, dass mRNA-Vakzinen gut funktionieren. Die haben sehr gute Effektivität. Die Daten sind 90 bis 95-prozentige Schutzrate, die man sieht. Wie lange das hält, wissen wir noch nicht. Das muss man abwarten, so Langzeitdaten. Aber wir wissen, dass es geht, dass es mit relativ wenig Aufwand geht tatsächlich. Und nach allem, was wir bisher sehen, dass es ziemlich sicher ist. Das Einzige, was am Anfang bei den Zulassungsstudien irritiert hat und auch nach der Zulassung war, eine erhöhte Rate von anaphylaktischen Reaktionen, das sind schwere allergische Reaktionen, die aufgetreten sind, erhöht gegenüber anderen Impfungen. Hat sich jetzt aber im Lauf der Impfraten, die wir sehen, hat sich dieses Bild etwas abgeschwächt. Also das ist ein Thema. Man muss auf Allergiker ein bisschen aufpassen, die schwere Allergien haben. Aber man kann schon impfen. Man kann auch die impfen. Man muss die halt nur ein bisschen länger nachbeobachten. Dann freue ich mich schon auf das, was Sie zu AstraZeneca sagen. Denn ich glaube, damit haben Sie sich besonders auseinandergesetzt. Beim AstraZeneca-Impfstoff haben wir ein völlig anderes Impfprinzip. Das Einzige, was der Impfstoff gemeinsam hat mit den mRNA-Vakzinen, ist, dass die Hülle, die Spikes des Virus das Ziel sind, gegen das man die Immunantwort lostreten will. Aber der Weg in die Zelle ist ein anderer. Und zwar wird hier nicht mRNA gespritzt, sondern es wird ein Virus genommen von einem Schimpansen tatsächlich. Das ist ein Schnupfen-Virus für Schimpansen, das man nimmt, das für uns völlig harmlos ist, das sich in uns nicht vermehrt. Und das wird benutzt als Vehikel, um wieder die Erbinformation des Virus in kleinen Partikel in unsere Zelle zu bringen. Das heißt, der Endeffekt, der letzte Schritt ist derselbe. Die Zelle produziert dieses Antigen und damit wird die Immunantwort losgetreten. Aber der Weg in die Zelle ist ein ganz anderer. Es geht nicht über diese fertige mRNA, sondern über diesen Adenovirus-Vektor, der die Erbinformation in die Zelle einschleust. Das ist deswegen attraktiv, weil wir das schon kennen. Ein Impfstoff gegen Ebola, der in den letzten Jahren zugelassen wurde, funktioniert auf dem selben Prinzip. Das heißt, wir wissen, dass es geht. Ein bisschen das Problem ist, dass das Immunsystem möglicherweise gegen den Vektor, gegen das Adenovirus, selber eine Immunantwort aufbaut. Und das scheint auch der Fall zu sein. Und wenn das passiert, dann wird dieser Impfstoff quasi abgewehrt, bevor er überhaupt seine Informationen in die Zelle bringen kann. Und dadurch wird die Effektivität der Impfung schwächer. Das scheint der Fall zu sein. Die Impfung muss ja zweimal gegeben werden. Und wir sehen, dass in manchen Studien, Segmenten, die gemacht wurden, die Effektivität zu leiden scheint, weil Menschen offenbar auf die erste Impfung mit einer Reaktion gegen diesen Vektor reagieren. Aber das sind alles noch sehr schwammige Daten, die man einfach wird weiter untersuchen müssen. Leider sind die Studiendaten von AstraZeneca noch nicht so umfangreich, dass man wirklich zu allen Details Antworten hat. Aber man muss auch zweimal impfen. Man muss zweimal impfen. Und der Transport ist leichter. Der Transport, das ist der große Vorteil. Die mRNA-Vakzinen sind grundsätzlich attraktiv. Aber eine von den beiden, eben die von BioNTech, muss bei logistisch sehr schwierigen Temperaturen, nämlich minus 70 Grad, gelagert werden. Das macht große Probleme. Und dann sind das so kleine Sammlampullen, die, wenn sie einmal aufgetaut worden sind, halt natürlich auch verimpft werden müssen. Wenn sie zu lange warten, dann ist das ungültig. Und deswegen wird auch unglücklicherweise immer wieder Impfstoff verworfen, weil halt was in den Pullen übrig ist und man dann keinen hat, den man impfen kann. Und das ist natürlich bei dem Bedarf, den wir im Moment haben, schlichtweg großer Mist, muss man sagen. Also brauchen wir Impfstoffe, die wir leichter lagern können, möglichst im Kühlschrank. Und da ist der Impfstoff von AstraZeneca zum Beispiel viel attraktiver. Der von Moderna ist auch etwas stabiler. Der kann auch im Kühlschrank zumindest vorübergehend gelagert werden. Also da müssen wir eigentlich hin, dass wir Impfstoffe kriegen, die wir auch im täglichen Leben quasi in den Arztpraxen einsetzen können. Wissen Sie sich schon über die Dinge, die in der Pipeline sind etwas, beispielsweise Johnson & Johnson? Der Impfstoff von Johnson & Johnson ist tatsächlich ziemlich attraktiv. Die Studien sind ja in den USA gelaufen, überwiegend. Und was wir sehen ist, dass es einmal ein Impfstoff ist und nur einmal gegeben werden muss, was natürlich die ganze Umsetzung sehr viel leichter macht. Das Prinzip ist dasselbe wie beim AstraZeneca-Impfstoff. Also auch hier wird ein Adenovirus genommen, ein anderes, aber auch ein Adenovirus, das die Information in die Zelle einschleust. Vorteil, wenn Sie es nur einmal geben, das Immunsystem des Geimpften kann darauf keine Antwort ausbilden, auf den Vektor, die den dann neutralisiert. Weil es lernt ihn ja gerade erst kennen. Das heißt, dieser Effekt, der bei der AstraZeneca, bei der zweiten Impfung droht, der ist bei Johnson & Johnson nicht. Man muss halt nur hoffen, dass die eine Impfung dann auch wirklich effektiv genug ist. Aber das ist ein sehr spannendes Produkt, das wir wohl auch ziemlich bald in Europa zugelassen bekommen werden. Und dann gibt es eine ganze Welle von Next-Generationen-Impfstoffen, die auf Proteinen basieren. Also einfach Eiweißstückchen, die gegeben werden. Das ist eine Art der Impfung, die wir sehr gut kennen. Das machen wir schon ganz lange. Die werden mit einem Wirkstoffverstärker, einem sogenannten Adjuvans, versehen, damit das Immunsystem darauf reagiert. Das funktioniert gut, das wissen wir. Und da werden wir sicherlich einige Vakzinen kriegen. Nachteil, Sie müssen dann das Antigen in der Fabrik produzieren. Das heißt, ihr übernimmt der Geimpfte nicht diesen Teil des Jobs, sondern man muss das Antigen quasi extern fertig machen, dann spritzen und dann gibt es die Immunreaktion. Aber wir wissen, dass es funktioniert. Nun gibt es die Altersdiskussion. Sie haben mich ja vor einem Jahr schon mal darauf hingewiesen, dass ich 100 Prozent Zielgruppe bin mit meinem Alter. Aber die Frage ist, je älter man wird, je schwächer wird das Immunsystem. Das weiß man. Muss man dann Impfstoff anpassen? Oder ist das jetzt Unsinn, dass man sagt, mit den 65 Jahren, abgesehen davon, dass da auch noch ein Haufen Missverständnisse produziert wurden? Also das heißt, wie sieht es da aus im Alter? Das Immunsystem im Alter ist langsamer und potenziell auch schwächer als beim jungen Menschen. Das ist der Grund, warum im Alter zum Beispiel auch mehr Leute an dem neuen Coronavirus erkranken und wir da auch eine höhere Todesrate haben. Die Abwehr ist nicht mehr so gut. Das bedeutet auch, dass das Ansprechen auf Impfstoffe schlechter sein kann. Das sehen wir bei ganz vielen verschiedenen Impfungen und das ist natürlich auch gut möglich, dass es bei den Corona-Impfungen der Fall ist. Wissen tut man das erst, wenn man das auch getestet hat. Und da ist es natürlich im Moment so, dass wir bei Altersgruppen jenseits der 65 nur sehr begrenzte Daten haben für alle Impfstoffe. Aber ganz besonders zum Beispiel für die AstraZeneca-Vakzine. Deswegen ist die zwar zugelassen ab 18 von der Europäischen Union, aber in Deutschland wurde von Anfang an gesagt, dass man zumindest jetzt am Anfang warten will, bis man das jenseits der 65 einsetzt, bis man mehr Daten hat. Es ist zu erwarten, dass die Wirksamkeit schlechter ist im Alter. Wie viel schlechter, weiß keiner. Das muss man sehen. Manchmal wird man aber auch positiv überrascht. Wir haben zum Beispiel einen Impfstoff gegen Gürtelrose. Das ist ja ein typisches Problem beim älteren Menschen. Wo man überraschenderweise dann eine sehr gute Effektivität gefunden hat, als der zugelassen wurde. Weit besser, als jeder erwartet hat. Also es ist nicht automatisch so, dass die Impfstoffe immer schlecht sind bei älteren Menschen. Man muss halt nur den richtigen Impfstoff haben dafür. Die Gürtelrose war früher für alte Menschen eine Geisel, ne? Ja. Kann man so sagen. Und die kann man jetzt effektiv durch die Impfung beseitigen, fast muss man sagen.